Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play TNT Olympics 2012. Wir sind zu viert, wie man sehen kann. Einmal der Stone, Fusselkeks und Soli Engel. Soli Engel hat leider keinen Skin, aber keine Ahnung. Dafür bin ich bei mir der Einzige, der einen Skin hat und ihr habt alle keinen. Keine Ahnung warum. Failed. Du hast es selbst noch nicht vorgestellt. Wir nehmen über Lahn auf. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ja, kann auch sein. Ey, jetzt stell dich selber vor, Zocker. Ich bin der Zocker, wie Fussel gerade sagte. Und ja, Soli und ich nehmen diese Map gleichzeitig auf. Also ihr werdet Solis Aufnahmen bei Solis Channel sehen und meine Aufnahmen in meinem Channel. Ja. Ja, und dann wollte ich sagen, beginnen wir mit dem Einmarsch in die Arena. Dramatische Musik bitte. Und alles schön durcheinander und ihrer andere Musik, Melodie. Und dann. Und dann. Und dann sieht man auch wieder, wie gut die Musik singt. genau wie auch die Götter übernommen zu händen und so als erstes sind wir ja auch einfachen Olympische Feier Wurzel das Olympische Feier war auch gut das brennt auch ohne das Olympische Fussefeier das Feuer das erbisschen gefailt ist die sobald sie immer noch den MC-Patcher fail oder was nein so somit mögen die Spiele beginnen die Spiele sind durch um wir haben die mit dem Bruder ist die Pfundsicht und ein Stück oder so machen das Beste daraus und ich glaube vor so möchte diesmal den Knopf drücken dann gehört zu sein kann auch der Nachbarn auch mal ich glaube nicht abzah wir sind gleich lang schätzt alles gleich lang an gar so um hier muss man mit dir in die Springer den hast du schon gedrückt ok soll ich denn sind alle bereit bereit jawoll ok los geht's jetzt bam sie durch sie durch und soli geht in Führung ja ja von wegen nein verdammt ich wurde nicht hochgesprengt übelstes Fail jetzt so verdammt und ich hab meine Führung verloren lauf 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 kleiner Soli Mann lauf ja ja zi zi zocker zi zocker ich kriege euch alle ich kann euch da an ich glaube Sol ich glaube Stone gewinnt diese Challenge ich eigentlich hab euch alle wir hatten gerade schon mal eine Aufnahme und da hab ich gewonnen das finde ich voll unfair musst du doch nicht sagen dass unsere erste Aufnahme gefehlt ist ist doch alles egal sollen sie ruhig wissen das war so alles ganz nett nur weil Puzzle die Rennstrecke in die Luft gejagt hat ja ist halt so ne kann man nix machen alter wie weit bist du denn nicht schon vorne ich sag doch der schützt ja der fliegt wahrscheinlich die halbe Strecke nein verdammt ich werde hier teilweise nicht hochgesprengt das Dorf ich auch nicht Hose hat mich beholt nein das Geheimnis ist wenn man gerade zum Zaun springt da schon das TNT setzen ja schon klar ja schon auf dem Weg dahin schon oh nein fuzzle dich noch ganz klar boah ich werde schon ja ich werde ja so lieb jetzt reicht's ich glaube man kein guter Hürdenläufer ist nee ich werde diese Runde wieder keine Medaille kriegen wie schon in der ersten Aufnahme nicht wusste oh nein also ehrlich komm doch mal komm doch mal ich steck dir doch vorm Ziel das ist doch ein Drecksack ey so einer ja schneller 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 nein erster nein weiter und dritter ich renne jetzt noch das Rennen zu Ende nur einfach ums zu Ende gerannt zu haben meine Disziplin wird noch kommen ich sag's euch ich hol schon mal die Medaillen ne ja ja Soli du weißt ja dabei sein ist alles genau also ich krieg eine eine Silbermedaille aber schon Highlander sagte Gold es kann nur einen geben Fuzzle hier deine Sil- ne ich übergebe als erstes die Bronzemedaille an mich selber dann die Silbermedaille an Fuzzle und die Goldmedaille an Stone und und das TNT gebe ich Soli du brauchst das noch das TNT ja ich hab gar nicht die TNT so achso machen wir jetzt mit dem Zielsprung weiter hier ja wenn wir schon mal hier sind ne wer fängt an ich will erster sein ich wenn wir nach außen machen wie oft jeder springt also wie viel Runden wir machen wir best of 3 ok ok jeder dreimal und äh dann starte ich doch einfach mal zeig was du kannst errennt 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 und 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 was hab ich was hab ich boah du hast ein c äh was nochmal den höchsten oder den niedrigsten wer hat er zählt äh den höchsten oder äh den höchsten oder den höchsten oder oder alle zusammen oder wie können wir auch machen alle zusammen dann hättest du ha 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 39 ok warte jetzt bin ich so warte ich muss erst auffüllen 39 zocker ok wie viele zocker es doch gibt denn du darfst du darfst und ich hab's voll auf band also wenn vor sie du darfst du darfst wir machen immer eine komplette reihe durch also jetzt ist stone und dann ich und dann fangen wir wieder von vorne an und er fliegt und 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 das ist das ist ja das ist ja das ist ja oder sieben plus 8 und 20 27 35 danke 35 35 so denn wenn ich jetzt wenn ich auch mal auf mal gucken also momentan ich werde erst nur aber jetzt bin ich gespannt wie ich hab schon einer ob ich auch eine Null Nummer lande oder ob ich tatsächlich Punkte so macht man nur noch mal wie schon so eine Null war und 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 nein verdammt ich stecke das den also momentan bin ich jetzt da das es einfach nur fail so 어디 dark dün 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 also mit anlauf zu laufen scheint auf jeden Fall zu sein Nein. Komm schon. Komm, 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 komm. Fail, 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 fail. Nein. Fail, das war fail. Das ist unsere Chance aufzuholen. Kannst du aufhören, Zoli? Bitte? Ja, Zocker, jetzt krieg ich dich. Ich aufhören, Zoli. Lachen wir gerade. Stone ist auch dran, erstmal. Nein, Fussel. Ah, nein, Fussel. Entschuldigung, Fussel. Machen wir von allen drei Versuchen. Der Beste oder alles zusammen? Der Beste, würde ich sagen, oder? Lauf, Fussel, schnell, schnell, schnell. Boah. Fussel, was war das? Du musst laufen, nicht gehen. Ich bin zu schnell gerannt und das PNT war noch längst nicht gezündet. Jetzt bin ich zu langsam gerannt. So ein Dreckspiel. Kann ich? Ja, du darfst. Du darfst. Komm, ich verfolge dich. Er macht's richtig. Und hat... Warte, ich zähl zusammen. Ich hab ne Menge. Ja. Ich hab... Cheater. Okay, er hat 19, 27... Okay, 37... ...und 40. Ich würde sagen, die 18 war da nicht mit, dann machen wir bloß diese... Also, minus 8. Ja, hat er so viel. Das war die... Ja, da hast du auch mehr. 39, so. Dann bin ich jetzt dran. Focka, Gleichstand. Ja, Gleichstand. Jetzt muss ich nochmal hier eiskalt... Absalien. Haha. Und... Ohli, vor sich geht's halt doch. Nein! Ah, verdammt! Scheiße! Ohli, ohli, Engel! Ich hab mit ne Runde irgendwie aufgehört zu sprinten. Ich wollte nochmal sprinten, scheiße. Ohli, du armes kleine Sob. Ey, ich bin... So, zack hat du da. Warte, ich muss... So, letzter Durchgang. Wartet, okay. Und... Ich hab gleich ne perfekte Runde lang. Also gleich volle Punktzahl. Boah! Schön! Der wird nix! Der wird nix! Ah, scheiße! Kann ich nur... Ah, Fussel! Gut, bin ich nicht der Einzige, der dauernd fehlt hier. Das war vorhin bei euch nur Glück. Ey! Der erste Gruppe war der Beste, ja? Zocka! Ja, du darfst. Ja, bist du. Zocka, will ich jetzt nix besseres landen, als du? Machen wir dann! Zweimal Silber. Oh, Fussel, wo bist du? Ja! Bitte auffüllen. Ja, mach ich schon. Wir sind voll weggeflogen. Kann ich? Ja. Los, komm, mach auch n' Fail, mach auch n' Fail, mach auch n' Fail. So, Alter, warum? Er macht's übelst richtig, ne? Ja, das sind... Aber das sind weniger. Neun, das sind weniger. Neun, das sind siebzehn. Hier drüben sind neunzehn. Siebzehn und neunzehn. 36. Ups, ich will nur kurz reparieren. So, die hat's mal wieder kaputt gemacht. Haben wir kurz raus? Ja, warte. Hab schon krass. So. Wenn keiner von denen jetzt besser trifft, kann ja nur so die sein. Dann gibt's zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Hm, genau. Ich mach jetzt... Ich mach jetzt verarsam. Hast du die Bronzemedaille? Stimmt, wenn Soli jetzt mal Punkte macht, dann gibt's keine Bronzemedaille. Doch, dann gibt's zwei für Soli und mich. Nein, nein, verdammt, ach Dreck. Das ist doch... Gieß du auch für Leute, die erkennt trotzdem wissen, nämlich die beiden Letts platzierten. Ja, okay, dann gibt's... Das ist... Man muss echt... Was wir im Rücken haben sind's, äh... Okay, zweimal Silber und zweimal Bronze. Wartet. Okay, ich überreiche einmal an Stone, an mich, an Soli und an Fussel. Meine erste Medaille, juhu!